80 Prozent der Deutschen, und das hat die DRK 2015 veröffentlicht, leidet an einem nicht erholsamen Schlaf. Das sind Menschen, die jeden Tag oder jeden Morgen müder aufstehen, als sie müssten, weil sie gewisse Dinge nicht machen. Da sprechen wir vom Schlafumfeld. Das bedeutet oder erfüllt mein Schlafumfeld bis runter zur Schlafunterlage alle elementaren Voraussetzungen, die ich brauche für einen hochwertigen regenerativen Schlaf. Ja oder nein? Neben Ernährung und Bewegung ist die Regeneration das Wichtigste, wo wir den Menschen auch aufzeigen, warum Schlaf wichtig ist, wie er funktioniert, wo es Probleme gibt und was ganz wichtig ist, wie man diese Probleme auch lösen kann. Und genau das ist unsere Mission, aus so vielen Schlechtschläfern wie möglich gute zu machen und aus den guten noch bessere. Hast du selbst Schlafprobleme? Oder möchtest du viel mehr über gesunden, erholsamen Schlaf, Regeneration und alles, was dazugehört, erfahren? Dann sei dabei! Schlafgut22, das große Online-Event, wenn es um gesunden Schlaf geht. schlaf-gut-event.de, kostenlos registrieren. Alle Teilnehmer sind automatisch auch dabei bei unserem großen Gewinnspiel. Wir haben Preise im Gesamtwert von über 750 Euro, die wir an alle mitverteilen. Endlich wieder richtig durchschlafen, viel mehr über Schlaf lernen, jetzt dabei sein. Endlich wieder richtig durchschlafen, viel mehr über Schlaf lernen, wenn es um gesunden ist, 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 wenn es